Liebe Studierende, willkommen zur ersten Videoübung des Semesters zum Thema Kirchhoffsche Regeln. Das Hauptthema dieser Aufgabe ist um die Anwendung der Kirchhoffschen Regeln. Vom angegebenen elektrischen Schaltkreis kennt man sämtliche Batteriespannungen und Widerstände. Wir brauchen noch die elektrische Ströme zu bestimmen, um die Aufgabe lösen zu können. Nach dem Ohmschen Gesetz kann man die Spannungsabfälle bei den Widerständen berechnen und somit die gesuchte Potentialdifferenz zwischen den Punkten A und B bestimmen. Zuerst müssen wir eine Stromverteilung in der Masche definieren, respektiv auswählen. Wir bezeichnen den Strom im linken Schaltungszweig mit I1 nach oben gerichtet, den im mittleren mit I3 nach unten gerichtet und den im rechten mit I2 nach oben gerichtet. Es handelt sich nicht um die einzige mögliche Auswahl. Man kann diese aber nachvollziehen, da zum Beispiel I1 und I2 die Richtung des erwarteten technischen Stroms besitzen. Die Strategie wäre hier dann I3 zu ermitteln und daraus die Potentialdifferenz zwischen den Punkten A und B. Für die Potentialen an diesen Punkten gilt nach der Maschenregel, d.h. die Summe der Batteriespannungen ist gleich der Summe der Spannungsabfälle der Masche, folgendes. Potential beim Punkt A minus Potential beim Punkt B, d.h. das ist die Potentialdifferenz zwischen beiden Punkten. Dies muss gleich sein, 4 Volt als Batteriespannung plus 4 Ohm mal I3. Achtung, hier schreibt man 4 Volt plus 4 Ohm mal I3, weil I3 dem technischen Strom bei der 4 Volt Batterie entgegen gerichtet ist. Gemäß der Kirchhoffschen Knotenregel, d.h. die Summe aller zufließenden Ströme muss gleich der Summe aller abfließenden Ströme sein, gilt am Punkt A für die Ströme folgendes. Wir können schreiben, tatsächlich nach der Knotenregel I1 plus I2, dies muss gleich I3 sein, d.h. was reinfließt, muss auch rauskommen. Da wir drei unbekannten Größen I1, I2, I3 bestimmen müssen, brauchen wir noch zwei zusätzliche Gleichungen neben der aus der Knotenregel. Mit Hilfe der Kirchhoffschen Marschenregel erhalten wir für die äußere Masche des Stromkreises, wenn wir diese äußere Masche im Uhrzeigersinn betrachten, folgendes. Die effektive Batteriespannung wäre es 2 minus 2 Volt. Dies muss gleich sein der Summe der Spannungsabfälle in der Masche. Das heißt, 1 Ohm mal I1 plus 1 Ohm mal I1 minus 1 Ohm mal I2 und nochmals minus 1 Ohm mal I2. Es ist wichtig, hier bei der Anwendung der Maschenregel zu beachten, dass die Batteriespannungen entgegengesetzte Polaritäten besitzen und dass I2 auch die entgegengesetzte Orientierung in der Masche als I1 hat. Diese Überlegung ist ähnlich, wie bereits vorher für I3 erwähnt wurde. Es folgt somit aus dieser Gleichung, dass I1 muss gleich I2 sein. Das Ergebnis übrigens überrascht uns nicht, da die linke und die rechte Seite der Masche völlig symmetrisch sind. Es folgt auch aus dieser Gleichung im Zusammenhang mit der Gleichung aus der Knotenregel, dass I3 ist dann gleich zweimal I1. Aus der Maschenregel für die linke Masche des Schaltkreises folgt, nochmals im Uhrzeigersinn betrachtet, folgendes. 1 Ohm mal I1 plus 1 Ohm mal I1 plus 4 Ohm mal I3, dies ist gleich der effektiven Spannung in dieser linken Masche. Das heißt, 2 minus 4 Volt. Nochmals beachten Sie die entgegengesetzte Polarität der Batteriespannungen in dieser linken Masche des Schaltkreises. Somit erreichen wir die numerischen Werten der elektrischen Ströme. I1 gleich I2 ist dann gleich minus 1 Fünftel Ampere und dann I3 ist gleich minus 2 Fünftel Ampere. Dabei gibt das Minusvorzeichen hier an, dass der betreffende Strom entgegengesetzte zur eingangs angenommenen Richtung fließt. Schließlich kann man die gesuchte Potentialdifferenz zwischen den Punkten A und B berechnen. Wir müssen einfach numerisch I3 in dieser Gleichung hinzufügen oder einsetzen und man kriegt numerisch als Endergebnis dieser Aufgabe 2,4 Volt. Mit dieser Aufgabe konnten wir die Kirchhoffschen Regeln gezielt anwenden und deren Bedeutung schätzen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.